hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir wisst es ich bin kein anlage oder finanzberater und ich habe natürlich keine glaskugel vor mir stehen sorry für das spätete video heute aber ich habe meine tochter ins bett gebracht und bin natürlich knallhart mit eingeschlafen also bitte verzeihung und noch mal der hinweis guckt gerne auf meinen krypto kanal auf meinen zweitkanal und auf meinen drittkanal abcap trading wird auf jeden fall für alle von euch sehr interessant sein und gucken wir einmal den chart an und wer gestern mein video angeguckt hat da hatte ich bereits schon gesagt dass ich damit rechnet dass der kurs heute verstärkt gedrückt wird und das war jetzt auch so klar wir hatten gestern schönen anstieg gar keine frage aber dass darauf der tag der darauf folgenden tag dann etwas schlechter aussieht ja konnte man eigentlich vorhersehen vor allem natürlich auch mit diesen guten dingen die gestern bei den quartalszahlen raus gekommen sind ich will euch da gar nicht zu lange drauf hat oder darauf eingehen ihr wisst es die die umsätze stark gestiegen die schulden pro aktie gefallen sehr sehr viel gewinne gemacht nft sollen eingeführt werden kryptowährung soll eingeführt werden kooperation mit gamestop und so weiter und so weiter und alles sind natürlich super geile nachrichten überhaupt gar keine frage und jetzt muss man sich vorstellen warum bei solchen guten nachrichten fällt der kurs sowas kennt man eigentlich nur von show me nein spaß beiseite hier geht es wirklich darum die hedgefonds haben wiederholt heute macht demonstriert mit manipulation jetzt sagt der ein oder andere wieder die manipulieren die ganze zeit SEC guckt weg ja ich weiß dass es wirklich sehr sehr anstrengend aber leute 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 ich kann es euch nur noch mal sagen man muss sich vorstellen in der woche haben wir immer noch ein plus von fünf prozent von über fast sechs prozent und dass der kurs nicht immer nur steigt ist klar und ich kann euch eine sache sagen weil ich jetzt schon wieder neue grafiken über die chartanalyse gesehen habe diese drei formation jetzt heißt es aber nächsten monat man muss sich einfach vorstellen die linien die werden neu gezogen wird im breiter gar keine frage und das datum versetzt sich ganz ganz einfach erklärt deswegen ihr wisst dass ich bin ich so der fan von aber egal was will ich weiteres sagen ja wir konnten es eigentlich vorhersehen dass der kurs heute massiv gedrückt wird das jetzt hier mal über zehn prozent gedrückt wird hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht ich dachte auch so in dem bereich von fünf vier sechs prozent so irgendwie in diesem bereich aber sie haben einfach mal wieder demonstriert was ja was ist praktisch möglich mit den hedgefonds gar keine frage man muss sich nur wieder vorstellen das wird morgen über morgen auf jeden fall rauskommen was wird es die hedgefonds wieder gekostet haben und ich rechne damit dass wir morgen wieder einen anstieg haben da rechne ich stark wieder mit ist ist sehr oft so wenn der kurs halt massiv gedrückt wird der darauf folgende tag ist auch wieder plus ja ist immer wieder ein hin und her gar keine frage aber das was ich jetzt schon wieder lese in der telegram gruppe in und bei facebook und so weiter bei reddit ist eben die stimmung eigentlich ja könnte man jetzt erst mal meinen negativ aber wenn man dann wirklich weiter in die kommentare reingeht liest man perfekter dip zum nachkaufen sehe ich auch absolut so ihr seht es jetzt auch zehn prozent hatten wir geknackt ja weil eben jetzt wieder die die nachrichten kommen wann kommt der dip kommen erreichen wir noch 30 euro und so weiter und so weiter also leute ich kann euch sagen nach so einem preisverfall wie heute zehn prozent das ist bei meinem depot wert auch schon ordentlich geld als tut schon weh aber ich bin weiter optimistisch und diese gespräche was ich jetzt gerade führe halte ich ja schon öfter also ist ja nicht so dass ich das erst mal ein video mache aber muss ich einfach im klaren sein dass dies berechenbar ist und ihr seht es auch in dollar minus 11,6 prozent handelsvolumen ja so wie eigentlich die letzten wochen eigentlich war angaben über den darkpool gibt es immer noch nicht schätze ich immer noch weiterhin über 70 prozent über 80 prozent und man kann auch sehr schön hier sehen hier hat ein vergleich gemacht und zwar robin hood schreckliche einnahmen und hat ein minus von 2,29 prozent amc kündigt nft zukunft an akzeptiert kryptos schlägt die einnahmen positiv und fällt hier oder also den screenshot gemacht hat um 9,63 prozent also man kann einfach wieder sehr stark sehen dass hier wirklich nichts von ja nichts normales vor sich geht ich weiß ich weiß leute die sec viele von euch glauben nicht dran aber ich bin ich bin ganz ehrlich ich bin mal gespannt wie lange hier die die amerikanischen apes das noch mitmachen nicht weil sie verkaufen werden das überhaupt nicht da 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 ist die ist jeder bullischer als je zuvor wenn man solche kurse hier sieht weil es eben einfach nicht mit rechten dingen zugeht aber ich meine nur damit irgendwann und die amerikaner sind eh ein ticken extremer als wir irgendwann reicht es den auch muss man einfach ganz ehrlich sagen vor allem hier geht es nicht um spiegelt hier gibt es leute die sind richtig heftig investiert was damals hier für screenshots durch die durch die durch die ja social media webseiten ging dass hier wirklich hypotheken aufgenommen worden sind autos verkauft worden sind und 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 als das ist hier kein spaß das muss man oder das darf man nicht vergessen und die amerikaner wie gesagt sind eh eine nummer härter drauf als wir aber ich bin wirklich gespannt wie lange die das noch mit sich machen lassen ich weiß nicht was sie dann machen ich glaube nicht dass sie in den bürgerkrieg anfangen das nicht aber irgendwann wird es darauf hinauslaufen dass den amerikanern die hutschnur reißt und dann dementsprechend hier wirklich ja irgendetwas passiert also ich kann es nicht erklären oder nicht 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 kein beispiel nennen was was passiert aber stellt euch einfach mal vor hier wird mit eurem geld gespielt hier wird manipuliert mit eurem hart verdienten geld und die reichen können machen was sie wollen also da bin ich gespannt was hier die nächsten wochen monate passiert nichts desto trotz heutige kursanstieg der kursverfall war eigentlich vielleicht auch nicht in diesem außenmaß aber auf jeden fall leicht berechnend und dementsprechend bin ich eigentlich noch entspannter ja als vorher also so sehe ich das mittlerweile ich denke viele von euch sehen das genauso die 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 quartalszahlen fundamental gesehen alles super alles dass es manipuliert ist wissen wir auch alle ja mehr brauche ich glaube ich heute nicht sagen mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen ich könnte euch jetzt hier wieder stundenlang aufhalten nein will ich gar nicht ich glaube so ein kurzes update um meine persönliche meinung über den heutigen tag habe ich mitgeteilt ja und morgen sehen wir einfach aufs neue weiter wir gucken heute einfach nicht mehr auf den kurs außer ein letztes mal und sind immer noch so bei knapp neuneinhalb prozent und dementsprechend würde ich sagen ist für heute feierabend wir vergessen diesen tag und morgen geht es einfach normal weiter